Doppelst damit willkommen zu einer weiteren Folge von Stortu Rally mit dem Kiosch Folgefolge hatten wir ein bisschen was, waren wir an Domina, haben noch ein bisschen was gemeint haben wir Geld verdient haben jetzt noch eine Quest erfüllt gehabt in den Pelikan, Stadt, Halle ehemaligen und waren bei Günther noch ein Teil getrunatet also Quartz brauchen wir, können auch verticken Amatüst hatte ich glaube auch schon, ansonsten sind sie angezeigt Ne, Quartz hatte ich schon, Amatüst war noch nicht gut, merken und wir haben noch 30 Spring Seeds 30, ich tue mich für tue mich nicht gut da machen wir halt noch Sonnen Seed haben wir noch genügend Energie da mache ich schon aber kein Viertel aus dran ähm, hier rein hier rein, das heben wir auf, wir brauchen die Ho, das sehe ich lieber auch mal wieder mit und die Gießkanne hier haben wir ja schon 3 9 äh, 1, 2, 3 äh, 9, 18 verdammt noch mal so und dann noch mal ein 3 bis dahin und dann müssen wir uns das Spring Seeds alle pflanzen können somit, äh ok ok, das wird demnächst ein Gießer das geht auch auf keine Kuhhaut, denke ich mal ok mittig ok wir müssen vielleicht dann noch ein paar Grunen machen für gutes, also was hier Sterne hat und dann halt fürs normale, ohne Sterne na gut, das können wir halt gleich verdicken, bloß dann halt mit dem Stern separat tun, nicht dass wir irgendwie was verticken was wir noch gebrauchen könnten ok, wir haben bestimmt Monfriede, zwei die Gießkanne brauchen ich sehe es schon kommen ok äh, haben wir jetzt hier noch ähm, ja, wir brauchen das, 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 das ah, kommt, wir verticken die jetzt erst mal ich will jetzt nicht tun, aber ich soll mal hier den Slimer versuchen zu verticken äh, was haben wir da ah, das war eine Muschel eine Auster ok, da hat sich ja nichts weiter drin ok, schade rein, rein weg ist es ok, noch eine Truhe für die Sternennahrung Crafting Truhe nein 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 nein, also müssen wir es doch so ok, jetzt haben wir es und jetzt können wir auch bedienen wunderbar ok da tun wir das mit einem Stern rein ähm, also sowas hier und das hat mir schon vertickt perfekt, da ist das weg und jetzt kommen wir eigentlich noch mit unserem Mittelenergie ja, was machen wir? einen Baum-Fan ich hab keine Axt mit Foul äh, Axt, Dankeschön naja, die Sichel können wir ja da mal drüben rein tun einfach mal hier durchblick behalten Feldarbeit ok, wir brauchen eh noch Tannen und Weiße Stein und Cola wunderbar äh cool zum Baumfeld in 3 3 2 1 Feldpartner 3 2 1 Perfekt steigen lag uns im Krieg oh ja wir müssen gleich ins Bett mit dem eigentlich schon so viel mit wie wir können ok ja jetzt jetzt ist auch schon vorbei ach ne ich muss in den Bett ich glaub meine Beine sind schwer auch nö oh mich sieht die können dann auch noch mal pflanzen Fiber Tumor mit hier rein komm Junge zieh 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 was das Zeug hält ok okay wir haben jetzt nicht mal gepflanzt äh die Tumor mit hier Tumor mit da rein und gehen jetzt erstmal können ich lege mich jetzt mal ins Bett und grunze bis morgen früh yes please und mining 175 10 nö nix passiert jetzt zeigen können was wir gelämmt sind holy crap oh Merlin hi ja hab's gesehen ich krieg einen Hund ich krieg einen Hund okay ne Hüi hüi Jungen jungen im nahe im Sr. Hund Streuner und die Nummer ganz kurz nicht das mal was falsch ist, nicht das mal was falsch ist, nicht das mal was falsch ist, nicht das mal was falsch ist. Ah, eine schwere Entscheidung. Nennen wir den YouTuber nehmen, einen größeren. Ach komm, wir versuchen es mal. Ich denke mal, ich werde falsch schreiben. Ne, 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 mal was anderes. Ich wollte Kronk schreiben, aber man ging, ah, wie war jetzt Kronk? Hä, ich mach mal kurz und kann, dann sind wir uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder und nein, ich will den nicht nur neun, ich hab losgeguckt, wir nennen ihn Kronk. Kie. Ha, ein Kronki. Ha, ha, ha ha, Kronki. is das so schön sein. Wie, du lässt irgend-mensch Katzen� foreheadnnen. Kronki. Böser Kronk, Kronk-furt. wir haben nicht gut geweckt sehe ich gerade mal so ach, das ist doch nicht schön gut, wir brauchen nur die Gießkanne vielleicht gehen wir jetzt gleich nochmal schlafen um die Zeit zu überprüfen weil wir werden jetzt eh gleich wieder ausgepowert sein wir müssen mal zwölf Stunden durchschlafen oder 24, fast und kommundig schon ernten wir haben jetzt gleich sehen das mal hier wird alles ziel gießen, oh, eine Arbeit Zoom, Zoom ein wenig Wässern und 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 nein, ich bin doch nicht! Ach, verdammt! Schade! so, ich bin aber gespannt was aus dem Mix die rauskommt hoffentlich was Gutes nein, ich will die nicht umsetzen so, da oben haben wir ja nichts wir sind gleich wieder ausgepowert wer hätte das gedacht ok ok die brauchen wir, die brauchen wir ok, wir können ja mal bisschen sortieren das kommt ja noch da drüber und hier lassen wir uns so loot, äh ja, ne, oder? ne, die unterweisen normales Essen stimmt ja da war ja was und hier kommt das für Bäume und hier kommt das für Bäume und hier kommt das für Bäume wir haben das eine, wir haben das für einen Ahorn und wir haben das für einen Ahorn weil wir haben nur einen Ahorn Koffer, fünf Koffer war sie wohl ach komm, wir brennen auch den End schnell durch ja wow und brennt es brennt, es brennt der Aufentuch brennen ok, das wird unser Greenhouse sein bestimmt, denke ich mal und da haben wir noch eine Ahorn und da können wir uns wirklich mal so einen Riegel machen aber erstmal nehmen wir unseren Copper vielleicht stecken wir gleich noch ein Level auf, wer weiß Crafting ein Field Sneak ok, das klangt oder ach komm, wir pflanzen noch ein ah ok, das muss so wachsen gut gut aufs da wachsen ok, ansonsten haben wir ja nichts weiter äh, Map ok close social die müssen wir noch ah, wir müssen noch so noch etwas brünetten aber auch nicht ganz brünett ach Kronki ach schüß ein süßer Kronki wo ist Kronki Kronki ah, er hat ihm in seiner Nacht verloren accept crest jawohl noch was? nö äh journal find Robins lost eggs ok gucken wir mal an, wir sind voller Energie ach, wir müssen wieder wässern mal na gut, wässern wir mal noch aber ich mach mal einen kurzen Cut so, und er war auch ganz ganz schnell jetzt mach ich mal wieder hier wässern ah je, oh je und ich glaube, ja wir können Salah wernten damit wässl oh, ein Hund bellt unsere Kronki Kronki Kronki, pscht nicht so laut nicht, dass sich die Nachbarn beschweren öh plätscher, plätscher ah ok, das war doppelt gewässert ja, was ist denn mein Gute ähm gieß, gieß supi die noch ah Kronki, ach du bist so ein süßer steh doch mal bleib stehen ich muss noch die Sichel holen ich hab die Sichel vergessen ja jo und neun Stück neunmal Salat und so und hier rein yes nein verdammt da haben wir halt eben's gegessen passiert und ich guck mal, ich glaube ich stehste die, die bei euch müssen die hier unten gewesen sind wenn ich mich nicht ganz umgar vertue ach lauf hier muss nur ein Weg durch eine Schneise schlagen äh äh ich glaub da hat's was resettet ha, wo hat's die ok, hey mal gucken, ich glaub die war hier irgendwo in der Nähe hier oder im Südwesten mitnehmen mitnehmen er findet auf behalten oh, da liest er also gut aufgepasst äh ich hab die 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 Kanalisation I Ok, da gehen wir doch hoch Auf den Norden Das sind doch nicht ausgepowerte Pastors Und was haben wir bekommen? Ah, noch ein Mixed Seed Cool, wie lange? Ok, wir sehen uns aus, wenn es groß ist und wie lange dauert es Verdammt Laufen wir mal Zu Robin Ich hab jetzt auch ganz... Blume Brünett, war die hier vielleicht drinnen? Huhu Wer ist die hier? Ja, das weißt du selber Ja, das weißt du selber Die haben wir ja auf jeden Fall Penny Natürlich, das kennen wir doch schon Hm Finden wir mal eine kleine Brünette Da sind die beiden nunge Haa, ach zu Heiland Die zu finden Das wird noch eine Aufgabe hier wohnt, glaube ich Penny Wer bist du denn? Ah, hallo Pam Hallo Pam Die Pamela Wallah Heiho Ich spiel den Rucksack 2000 Gold Miss Grün Miss Grünhaar Äh Alter of Jobber, okay Wir fragen nicht Was die hier fabrizieren Wir fragen nicht was die hier fabrizieren Und dann gehen wir doch zu wrink Und dann gehen wir doch noch zu Terrini Das ist okay Ja, mir geht's gut Aber ich denk mal du warst es nicht N parole Oh, jetzt hängt er auch schon. Aha, wir müssen 6 Slimes, ok, nehmen wir mal an. Jetzt schaffen wir erstmal hier noch die Axt hoch. Zu Mrs. Robin St. Crusoe. Hey, das ist ein Grund, dass hier mal da sitzt. Man weiß ja nie. Und dann gehen wir nochmal an die Mine. Nur wegen dir. Hoffentlich gibst du uns gut Geld. Jawoll, ich hab dir deine Axt besorgt, gib her. Ja, danke schön. Slay Monster. 6 Slimes. Hormones. Da kann man auch noch ein bisschen tiefer gehen in die Mine. Äh, ja, hier lang. Ne, ich wollte jetzt nicht mit dir quatschen. Fred. So, und auf die 15. So, gucken wir mal. Ja. Slimeys. Ok, müssen wir doch noch ein bisschen Stein klopfen. Oder auch nicht viel. So, zwei. Ne, einer erst. Zwei. Die lassen wir in Ruhe. Die werden dann zu den scheiß komischen Modden, wenn ich mich ganz so klar täusche. Ähm. Da noch Kupfer. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ok, jetzt kommen wir... Ach nö, jetzt werden sie gleich zur Mutter. Ich über zur Mutter. Ha, gleich mal in die Fresse. Erwischt. Äh, ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Schön. Die Weile zieht's nicht mehr mit den Slime. Kann weg. Ha, Copper brauchen wir. Wunderbar. Da haben wir noch ein Slimey. Komm zu uns, Slimey. Ach du. Dankeschön, dass du auch endlich mal von uns gegangen bist. Und. Und noch ein Slimey. Und wir gehen runter. Ich hab dich getroffen. Definitiv. Komm. Ich hab dich getroffen. Wir brauchen ein deutlich bessere Waffe. So, Kupfer. Okay, da ist noch mal Kupfer. Kupfer ist immer gut. Ha, Copperohr. So. Suchen wir mal weiter. Kupfererz. Wah. Und da haben wir schon wieder zwei angehende Motten. Oh je, das könnte unser Verderben sein. Wunderbar. Wunderbar. Huch. Schwein gehabt. Okay, hier haben wir auch nix. Anscheinend müssen wir doch wieder ein paar Steine klopfen. Oh, eine weiße Alka. Was können wir machen? Äh. 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 Ach. Fiber. Brauchen wir nicht. Essen. Yes. Nom 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 nom. Perfekt. Ich bräuchte allerdings Schleimsch. Sch... 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 Kohle. Stein brauchen wir, oder nicht? Ey, ich schabische dich und du fliegst trotzdem vorbei. Äh, was geht jetzt ab? Okay, da läuft doch eiskalt. Oh, ne. Ich geh mal drüber raus. Ich geh mal drüber raus. das ist noch das dann im nächsten Fall der Wort vom unternächsten Fall hier weiter ich habe gewünscht hatten hier zu spielen aber auch schwer und ist hier und euch macht es ja und ja euch gegenüber muss ja nicht sein aber hier was für mich nein das kann rein, Slimes können rein und das andere kann eigentlich der ist normal, er kommt ja hier hin so, Mixed Seed haben wir noch zwei, ja brauchen wir noch die Gießkanne da und da hin und dann passt das und nochmal schlafen gehen 8 Uhr, wir haben es schon wieder halb 11 Hallo Krongi jetzt ok, 8 Uhr jawohl und können wir uns einen Uxack leisten hier können wir ja noch alles bewegen cool wir haben noch Post wir gucken mal schnell in die Post ähm, dir Kehrer Schmuck Ah, Morgens Eierfestival ok ich hab mich vergeben ok, hier ist noch nichts anderes gut dann sag ich mal an der Stelle hier danke fürs Zuschauen, hat euch gefallen kommentiert, abonniert, like, in dem so ein Auto da und bis demnächst ich habe mich gefallen die wo die und die 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 Vielen Dank.